Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Allzeitschlachtzugsbereit 6. Und für diesen müssen wir Mogul Ratztunk in Riesenflöts auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne von der Maschinenkanone, den Mikroraketen, der dicken roten Rakete oder einen direkten Treffer des Schmetterbohrers, um getroffen zu werden. Das ist nur raus zu bringen. Heißt, ihr dürft euch eigentlich von fast gar nichts treffen lassen. Es ist aber ein Personal Achievement. Heißt, wenn es quasi jemand anderer verkackt, dann kriegt ihr trotzdem euren Erfolg. So, von was dürft ihr euch nicht treffen lassen? Erstmal von diesen kleinen Raketen, die ihr hier gesehen habt. Dann von dieser Salve dürft ihr euch auch nicht treffen lassen. Das sind die zwei Sachen in der ersten Phase, die ihr euch nicht treffen dürfen. Also sprich, ihr müsst einmal im Kreis laufen und ihr müsst gucken, dass ihr von diesen kleinen Einschlägen wegläuft. Diese Zielsuchrakete ist egal. Die kann man ja auch nicht verhindern. Also das ist wurscht. Jetzt haben wir die Zwischenphase. Jetzt dürft ihr euch von diesem großen Kreis nicht treffen lassen, die da hinten sind. Dann von diesen kleinen Einschlägen dürft ihr euch auch nicht treffen lassen. Und ihr dürft euch auch nicht treffen lassen von diesem Bohrer. Der runterkommt über einem Spieler, wo wir diese Säulen zerstören müssen. Also sprich, ihr müsst natürlich schon zu den Säulen laufen. Der Boss kommt runter, aber bevor der Boss einschlägt, müsst ihr gucken, dass ihr quasi Land gewinnt. Das sind die vier Fähigkeiten, von denen ihr euch nicht treffen lassen dürft. Ich kann euch hier ein paar Tipps geben. Also ich denke mal, dieses Maschinengewehr, das sich rumdreht, sollte ja relativ selbsterklärend sein. Dass man da nicht reinrennt, ist klar, einfach ein bisschen im Kreis laufen, beziehungsweise gucken, wo er am Anfang hinschaut und davon weg. Und dann im Kreis mitlaufen, dann hat man gar kein Problem. Dann die Zwischenphase ist eigentlich auch kein Stress. Da kann man allem richtig einfach ausweichen. Das Einzige, was dann noch ein bisschen tricky ist, sind diese Waves von kleinen Wellen, die man ausweichen muss. Und dann guckt man einfach auf diese Köpfe. Und diese Köpfe gucken in bestimmte Richtungen. Und da kommen auch die Wellen. Also deswegen haben wir auch Marks aufgestellt. Und wir können halt vorher gucken, wo die Safe Zones sind. Und ihr seht, die ganzen Leute sind schon in die Safe Zones gerannt, weil sie einfach diese Köpfe im Blick hatten. Und da, wo die Köpfe hingucken, auf der Bahn, sind quasi immer die Voids. Heißt, ja, man hat immer einen Safe Spot und da kann man sich direkt hinstellen und wird nie von diesem Zeug gedamaged. Und ihr seht, ich habe hier das jetzt schief hinterhalten. Ich glaube, bei mir in der Gruppe hatten es leider nicht alle geschafft. Aber das ist, wie gesagt, ein Personal Achievement. Also sprich, müsst nur ihr einmal richtig moven und nicht alle müssen richtig moven. Ja, nochmal vielleicht die Info, also diese Rakete, die ein Spieler verfolgt, die ist nicht im Achievement, soweit ich weiß es. Die ist egal. Das ist das Einzige, von was ihr euch quasi treffen lassen könnt. Gut, das war es mit einem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein Bild nicht weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.